hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge sky ctm wir sind immer noch dabei die ganzen terracotta blöcke hier zu besorgen und uns fehlen nicht mehr viele ich habe mir schon mal die zeit genommen und bin hier rüber gepellet und ja ich würde mal sagen lass uns mal den spaß hier beginnen so das war gefährlich erst mal hallo okay ich sehe schon das wird interessant nicht vergessen like button drücken abonnieren kommentare hinterlassen wer weiß wie da war eine ich habe die kiste gesehen wo ist wo bin ich ha 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 alte seite am anfang immer wichtig erstmal die ganze sache blut beleuchten und dann schauen wir mal wie man hier weiter verfährt immer sagen die sind alle natürlich gespawnt weil es hier so dermaßen duster ist okay gut alles so gewollt vielleicht sollte ich meinen spawn point direkt mal gleich hier so setzen ich bin schon das ein oder andere mal abgestürzt das kann man gut an meinen log hier sehen das war nicht so gedacht aber man sollte während man pillert nicht den shift-button loslassen aber naja kann fix scoop it stop 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 bereit hier kann auch nicht sein alter wie lang sind seine arme gibt es denn so was ja so verzweifelt sind wir noch nicht stop 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 Oh, das war gefährlich. The chest. The chest in the chest in the chest. Okay. Das war's wieder. Das war's wieder. Ja. Ich habe es geschafft. Ich habe die Truhe. Get up. Get up. Get up, get up, get up. Dämlichen Viecher. Wo bist du? So, also. NBT. Äh. Okay. Ist das, äh. Wow. Uh. Jackpot. Äh. Ja. Nice. Äh. Sag mal. Diese dämlichen. Mh. Okay. Zeit, dass wir ein bisschen besser hier mit den Sachen umgehen. brauchen wir hiervon. Super. Nein. Nein. Sag mal. Das ist, äh. Dämlichen. Creepy. Okay. Geht ab. Sag mal. Wie schwer. Kann es sein? Kann es sein? So was. So was. Glaubst du, ich hab dich nicht gesehen? Creepy. Ab. Mh. Mh. Tu es. Tu es. Dämlichen Viecher. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Geh rauf. Ja. Holy cow. Äh. Look above the trees. Okay. Full block. Ja. Full block. It's time for spawn point. Holy moly. Ähm. Auf. Äh. Hm. Okay. Lass uns mal ne Karotte essen. So. Wie kommen wir. Wie kommen wir. Hier kommen wir gut hoch. Voll. Äh. Here we go. So. Jetzt wird schon wieder duste. Auf sie. Okay. Geh. Geh. Auf den. Baum. Das regnet. Es regnet. Natürlich regnet es. Minecraft. So. Okay. Ob da kein gutes Gefühl dabei. So, jetzt bin ich oben, und nu? Aha! Geronimo! Autsch! Crap! Geht doch. Okay. Zacken mal. So. Vielleicht da. Wie sie da sind. Okay. Ey. Welches Gehüpfe hier? Aha. Denn, das ist doch schon mal gut. I am Iron-Dingsel. Das war's. Das war die ganze... Nicht jetzt. Autsch. Aha. Oh? Da bin ich hochgepellet. Autsch. Okay. Karotte. Jetzt wird's interessant. Wir brauchen Blöcke. Wir müssen uns ratzfatz aus dem Staub machen. Nein. See you later! Oops. Wuh! Crap! Yay! Do it again! I do it again! Ding du-Ding! Ding du-Ding! Ding du-Ding! Ding du-Ding! Ding du-Ding! Nein! Den brauche ich noch! Loslassen! Finger weg! Ich bin weg! So! Ui! Joi-Jui! So weit! Okay, ich setz mal mal einen Spawnpoint direkt her. Und dann gehen wir noch da. Und zwar... Oh. Oh Gott, auf geht's. Oh, dieser Regen. Regen. Der macht mich ganz muschugge. Boah, diese Schuhe, die machen einen so schnell, das ist Wahnsinn. So, vielleicht sollten wir unsere Diamanten investieren in Rüstung. Moment. Halt. Deck. Aha. Chainmail. Wow. Cake. I like that. Nimm mir den lieber mit. Sicher ist sicher. Den kannst du überhaupt. Promotten. Wow. Wow. Brauchen mal ein bisschen Blöcke. Ja, noch. Hopp. Hopp. Haben wir hier noch was? Das war der Teil, das war das. Okay. Wir brauchen mehr Blöcke, weil wir wollen darüber. Da auch noch hin. 15. Weißt du was? Cake. Mmm. Nice. Okay, wir brauchen noch eins, zwei, drei. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Und dann haben wir die Map geschafft. Wow. Wow there. So. Haben wir eigentlich? Jungle Tree. Bum. Bum, Shaka-laka. So. Oak, Romaten, Green, Terracotta, die Diamanten. Iron gegen Iron. I am Iron. So, das Ding kann weg. Weißt du was? Diamanten. Ich hab kein Holz. Crapola. So. Wir brauchen Holz. Oh. Diamanten. Nice. Ich will mal sagen, das geht rein. Das, das brauchen wir noch. Wir wollen natürlich Baumaterial haben. Wie der viel zu wenig ist. Okay. 24 und 36. Ach nee. 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 Ja noch. Jetzt. Okay. Da würde ich mal sagen, wir brauchen jedes kleine bisschen, was wir kriegen können. Friday. What? sehr schön dass das sieht doch schon mal besser aus viel besser gut apple apple du weißt schon im frühen morgen und es regnet auch nicht mehr so macht das doch spaß so wir haben 123 das war's denn da muss aber ein bisschen mehr als nur nur die die eine truhe dann drauf sein sonst kommen wir da ja gar nicht hin die blöcke 15 hell das ist das ist schon hardcore und wir sind da ehrlich ouch welcome to the pillager outpost oh oh pillager oh night wird kuchen hier kuchen mhm ernsthaft ernsthaft dark oak sieht gut aus mhm 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 get me attack ah ouch ouch ua 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 ups das es ist äh ich bin grad ua locker der ist jetzt gerade hier ein bisschen antiklamaktik hier ne Ist gar nichts Okay Aua Piggy 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 can't you see Piggy 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 Komm schon Holz 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 Und das Piggy Tja hast nicht schnell genug Biss im Wasser geschafft ne Weg bist du Ein bisschen mehr Holz und dann Wisst ihr was Ich werde hier noch ein bisschen Holz ernten Und ihr werdet nächste Folge Wieder einschalten Das wäre doch mal ein Deal Oder Also wenn es mir gefallen hat Like Button drücken Abonnieren Kommentar hinterlassen Und dann Gucken wir mal Wo die restlichen Vier Stück Wolle Sich verstecken Ja Also Bis Morgen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal